Ja, aber ich würde schon noch ein bisschen was von der Matrix so sehen. So mit Mantel und so. Das ist die Matrix. Matrix ist erst die Matrix, wenn Neo einen Mantel trägt. Das Problem ist, er hat recht, das ist die Matrix. Mehr war nie an dieser Serie. Das war wirklich nur die Outfits. Das ist so, das würde ich... Die 90 Jahre Coolness war es. Wow, viele Upgrades und neue Manöver und so ein Scheiß. Guck dir das mal an. Off the Wall Jump und sowas. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, wenn man sich hier ein bisschen Mühe gibt und sich reinfuchst, könnte es ein cooles Kampfsystem haben, oder? Ja, aber ich versuche es wirklich, aber ich... Ah, das war das. Okay, aber man bekommt es anscheinend einfach, man kann es gar nicht. Individuell machen? Ja, also jetzt zumindest noch nicht. Aber ich muss mir auch mal, glaube ich, mal einen Controller kaufen, weil das halt ein bisschen... Also der Analog Stick bleibt da ab und zu ein bisschen stecken. Man kennt das. Eine Fantasy. Nee, Nier. Verzeihung, Nier. Fein Nier. Oh, dieses Aliasing ist aber wirklich... Das ist schon ein bisschen sehr körnig gerade. Wo sind wir jetzt übrigens schon wieder? Wo ist die Matrix? Verdammt normal. Das hier ist die Trainings-Simulation, in der du lernst, wie du Pflanzen erntest. Wo willst du eigentlich sein, wenn du sagst, du möchtest... Ja, ja, statt im Regen gegen Anderson. Nein, du trägst jetzt ein Hanfhemd. Ja, ja. Gut Job, Shiny. 90 Prozent. Shiny. Sind doch die Mauer von Earth from Jim, oder? Ja. Und dann später, nach der Fusion, haben sie Silent Homecoming entwickelt. Also aus Shiny und The Collective wurde dann Double Helix Games, die auch jetzt gerade was gemacht haben. Ja, genau. Killer Instinct. Du bist ja, ähm, ähm... Du bist ja MDK-Fan, waren das auch MDK? Strider, genau. Die erste MDK ist von ihm, das zweite MDK ist von Bioware. Zweites von wem? Bioware. Achso. Die kenne ich auch. Ein, zwei Spiele haben die schon entwickelt. Kann ich Bäume zerschneiden? Hm. Rules of nature. Hör auf das zu demotiviert zu sehen. Ja, rules of nature. Schon besser. Nö, 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 nö. Put your life on the line. NEE EINE. Sorry. I'm just a simulation, but I'm talking to you because... I'm stereotype number two. Ah, I'm old samurai master. After old kung fu master. Schön, dass du gerade Fokus aktiviert hast, um getroffen zu werden. Ich verstehe nicht. Da kannst du dich richtig auf den Schmerz konzentrieren. Mut und Roshi macht dich ganz schön fertig. Mut und Roshi. Hast du nicht ein Pornhub, mit dem du den ablenkst? Ach so, ich kann jetzt gar nicht mehr. Ich drücke ganz gleich die Greifentaste, aber die geht gar nicht mehr. Vielleicht kannst du in dein Katana greifen. Das ist wirklich ein seltsames Kampfsystem. Wirf dein Speer. Ich weiß aber nicht, warum da ab und zu Dreieck steht, weil ich kann ja eigentlich immer mit Dreieck angreifen. Ja, das sagt dir der Speer an der Stelle nur noch mal. Weil es offenbar immer vergisst. Oh, ist das weird. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, ich habe direkte Kontrolle über das geschehen. Du hast keine Chance, du bist so weit. Take your time. Trenn die Lucky Strikes. Oh, neues Upgrade, neues Upgrade. Oh, mh, was passiert jetzt? Du lernst die Fähigkeit des Hanfhemdes. Oh, okay. Special Ability Unlocked. Four-Hit-Combo. Voll special. Geh hinter den Wasserfall. Wo, was, wo? Ah, da. Zwei sogar, links und rechts. Secrets. Okay, ich will nur gucken, ich kann nicht einfach drücken, ich muss es halten. Wobei ich mich frage, wo das Wasser abfließt, wenn von beiden Seiten Wasser kommt. Also eigentlich stand da Press or Hold, aber ich glaube nicht, dass da... Äh, äh... Controls... Naja. Naja, doch nicht. War ganz cool, dass das alles, wenn ich auf Start drücke. Ja. Ganz nett. Ja, was? Naja, das wird alles so in Matrix-Modus. Achso. Ja, und vor allem, dass das Pause... Tom, du alter Fuchsbär. Ja, weil es das ja noch nie in einem Videospiel gab. Ähm. Yes. Yes. Wo hast du dann angebildet? Ja, vor allem muss das Pause-Menü nicht geladen werden, im Gegensatz zu einigen aktuelleren Spielen, wie zum Beispiel, sagen wir mal Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3 muss auch alles geladen werden. Das stimmt allerdings. Wo ist denn der Typ hin? Bis auf den Spielen Spaß. Der wird nie geladen. Loading. Fun. Aborted. You are having fun now. Der war hinter dir, gell? Was? Da hinten. Da? Aha, okay. Da hinten. Cool, dass du was gesagt hast. If you are stunned, kriege... Ob er dich jetzt stunnen wird? Ich kann jetzt mich nicht locken, oder was? Das war komisch. Ich drücke Viereck. Wir haben halt schon irgendwie coole Animationen gemacht, aber die Übergänge funktionieren nicht so richtig. Die Übergänge nicht, aber wenn die Animationen aus einem Guss sind, dann ist es cool. Die Sache ist, wegen den Animationen habe ich halt irgendwie keinerlei Kontrolle über irgendwas. Also, das ist immer so spät und ich drücke jetzt gerade... Ich weiß nicht, ich habe es da. Ich habe keine Ahnung, was das war. Nicht genug Poise. Oh mein Gott. Fucking ey. Tom, der Dark Souls-Nerd. Der ist unglaublich. Vor allem, wie er dann wirklich mir erklärt hat, was seine Strategie gegen die Four Kings war. Ich bin fast in Tränen ausgebrochen. Weil er plötzlich so... Vor Freude. Ja, also ich habe dann schon gemerkt, dass das mit Tanken besser funktioniert. Also habe ich Haralds Rüstung und... Weißt du noch, wie er hier rumgestolpert ist beim letzten Mal Dark Souls? Wie er rumgeweint hat. Nee, mach kein Spurs. Wir sind nur ein blödes Spiel. Jeder, der das Spiel ist doof. Wir sind alle Nazis. Mi, mi, mi. Niemand hat mich lieb. Oh Gott. Trinity hat es geschafft, noch beschissener auszusehen als sonst. Unglaublich. Oh, haben sie kurz den Wasserfall ausgemacht. Um sie wieder an. Wasserfall an. Sie stehen einfach weiter weg. Oh Mann, wieso dauert das Intro so lange? Intro? Äh, das Tutorial. Intro nach dem Training ist das Spiel vorbei. Das Tutorial. Das ist der Path auf Nioh, nicht das Ende der Geschichte. Das ist nur der... Nioh, now you're ready. Dun, credits. Entering the Matrix heißt diese Teil des Spiels. Man kommt in die Ohren, das war das... Before the Matrix. Ja. Ja. Der... Focus Hyperstrike. Es ist halt so komisch, weil das ist ja, wie gesagt, dann das zweite Spiel, was die gemacht haben und Enter the Matrix geht ja halbwegs sofort los. Ja, aber nicht nur halbwegs. Dafür hat Enter the Matrix auch nicht ansatzweise so ein komplexes Kampfsystem. Aber ich verstehe nicht ganz, ob es komplex ist oder einfach nur über erklärt, weißt du? Das war das. Ja. Oh. Das war, glaube ich, ein Hyperstrike. Das ist ziemlich cool gewesen. Das war ziemlich lässig. Ja. Love it. Dass er das Schwert hochwirft und dann wieder aufhängt, das ist nett. Das ist totaler Bullshit, aber es ist cool. Aber cool, ja. Das fühlt sich halt so ein bisschen so an, erinnerst du dich noch an Ultimate... Wie alles an Matrix, das ist eigentlich die Formel, mit der Matrix zusammenfasst. Erinnerst du dich noch an Ultimate Tenkaishi, wo es immer so drei verschiedene Animationen gab, wo man einfach nur Viereck oder Dreieck drücken musste. So fühlt es sich halt an, nur dass es jetzt nicht angezeigt wird. Es fühlt sich anders, ob es einfach Angriffsphase, Verteidigungsphase und dann musst du einen Button drücken. Aber man kann nie so ganz erkennen, wo drin man jetzt ist. Das macht dann aber keinen Spaß. Nee, das macht doch gerade keinen Spaß. Warum kann man das jetzt nicht zu zweit spielen? Guck mal, du hast jetzt wirklich Party-Anzeige links. Ja, ja. Hab ich gesehen. Das Spiel wird jetzt Jade Empire. Ja, weißt du, du hast halt auch manchmal, macht einfach der Button nicht das, was er vorher gemacht hat, weil du in der anderen Phase bekommst. Das ist ein Schwert, das ist ein Schwert. Wups, ein Schwert ist kaputt gegangen. Was war das denn? Nicht die geringste Ahnung. What the fuck is going on? I do not even. Ja. Das ist der Schwertkampf ever. Ja, jetzt auch, ich konnte... What? Ich weiß, es gibt haufenweise Fans von der Reihe, die jetzt in die Kommentarsektion schreiben, wie... Oh, das war cool. Äh, wie dumm sich wir, äh, wir uns anstehen. Was ist das? Oh, wie lang geht dieser Kampf gegen den Dude? Er vervielfältigt sich jetzt bis nach 50 von ihm sind. Das ist ganz cool. Oh, okay. Das ist wirklich awesome. Da erwähnt es ab. Das mache ich aber. Ich wäre ab, indem ich auf ihn zeige und Dreieck drücke. Wie greife ich an, indem ich auf ihn zeige und Dreieck drücke? Erkennst du mein Problem? Das ist... Wie in Metal Gear Rising. Ich wollte gerade sagen, ist in Metal Gear Rising auch, aber da hast du immer... Da erkennst du genau, wann sie angreifen und wann du in welcher Phase bist, weißt du? Und vor allen Dingen musst du in Rising, ähm, ja, um zu parieren, also loslassen. Du kannst ja nicht einfach nur halten, sondern du musst halt immer wieder neu zu ihr hinzeigen. Also wenn's dir keinen Spaß macht, äh, das zu spielen, dann tut mir das sehr leid. Aber mir macht's irgendwie Spaß, so zu gucken. Ist das so? Ja, ich fand's irgendwie nett. Ich ja auch, mir macht's ja auch Spaß, so zu gucken. Oh, oh, Trinity ist blind. Ob sie davon ein interessanterer Charakter wird, ich weiß ja nicht. Kannst du mit deinem Matrix Griner aufhören? Das ist ja unfassbar. So hat kein Matrix Griner, das war Trinity gehatet. Das ist was komplett anderes. Trinity ist doch nur ein Bestandteil von Matrix. Für keine Matrix nicht, dass Trinity ein beschissener Charakter ist. Also, schon, aber. Ja. Aber du weißt schon. Ähm. Haben die Wachowskis nicht Cloud Atlas zuletzt gemacht? Hat den einer von euch gesehen? Ich hab den Source of Purely liegen, aber noch nicht gesehen. Ich hab den auch noch nicht gesehen. Kannst du mir den dann mal ausleihen? Ja. Weil ich würd' ihn gern mal sehen. Habt ihr den Trailer für ihren neuen Film gesehen? Nee. Äh, äh, Jupiter Ascent. Mit, ähm, na, wie heißt er? Äh, Channing Tatum als Held mit so Elfenohren. Ist halt auch so ein mega Sci-Fi-Ding. Also, das ist wirklich so ein episches Sci-Fi-Abenteuer, wo Channing Tatum als Halb-Elfen-Typ irgendwie durchs Weltraum jagt. Okay. Sieht sehr, sehr episch aus. Gut episch, oder? Ja, das, vom Trailer ist das noch nicht wirklich sicher zu sagen. Was steht aus Coptonite? Also, das könnte furchtbar scheiße werden. Ist voll unfair. Sagt er auch gerade. Das ist so unfair. Buchstaben so, bitte mir im Mund riesen. Don't mention. Oh nein, ich war gefüllt mit grünen Kanji. Oh, der Nacken. Ja. Arm tut weh. Jetzt weiß ich, warum man sich nicht mehr bewegen kann. Arm tut weh. Gelähmt. Well, ähm, nun, also. That's foliage. Ähm, oh, what the fuck? What the fuck? Und die Haare haben noch durchgeguckt. Ich sag doch, das Spiel wurde auf jeden Fall mega gerust. Diese Kamerafahrt müssen wir einkommen, Leute. Man merkt, ohne Witz, es ist so, Großartigkeit ist ab und zu spürbar. Ganz selten gibt es so einen Funken Großartigkeit. Ich glaube, das Spiel wurde ein halbes Jahr zu früh geleased. So würde Watch Dogs aussehen, wenn wir das schon spielen würden, glaube ich. So wird Watch Dogs aussehen, wenn es rauskommt. Möglich. Das ist einfach nur. Four-Hit-Combo. Ich will jetzt noch mal was sehen hier. Du siehst doch die ganze Zeit. Wir spielen schon vor langem, aber. Wir spielen schon vor langem, aber. In einem Bambuswald, Mann. Nee, so Matrix will ich sehen. So Matrix. Sowas hier. Wir sind immer noch nicht in der... Ja, das ist... Guck mal, die Rätselpassagen aus Final Fantasy 13.2. Oh, jetzt Hiking-Minigames. Guck mal, ich hab schon mal sowas ähnliches wie ein Mantel an. Oh, jetzt auch noch Schwarz-Weiß hier und Grisselfalter. Jetzt wird's arzi. Pick up the sword. Please ignore the green blinking scroll. Ja, nope. Hallo. Mach ein Selfie. Zeitlupe. Es steht in Zeitlupe an der Wand. Oh, das ist gerade grün geleuchtet. Ja. Ja, äh. Wow. Ach so, weil es bugt einfach nur. Haben sie ja gerade gesagt. Ist das so? Ja. Es sah schon sehr danach aus, als wäre es ein Hinweis. Slice through walls. Oh. Nicht das Slice through walls, das ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. What? Okay, jetzt ist es wirklich Jate-Empire. What is this? The spirit all gave me desire a challenge? What? Leute, soll man noch ein Matrix-Spiel machen? Nee. Soll man trotzdem Matrix nennen? Alles klar. Ey, ich habe eine coole Idee für ein spirituelles Samurai-Kampfspiel und sowas. Aber wir haben gerade die Matrix-Lizenz gekauft. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck.